Ja, schönes Gedicht vom hinteren Lauti, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um mitzuteilen, dass jetzt hier keine Kundin immer angemeldet ist, die sich gegen die Mitnahme, die Wahrsamnahme, so genau können wir es noch nicht sagen, von diesen zwei Personen richtig. Also bleibt noch ein bisschen hier, zeigt euch solidarisch.